Hallo und willkommen zurück zu Lots of Shulima! So, dieses Mal... Tja, was machen wir dieses Mal? Ich würde ja gerne wissen, wie man da hinkommt. Guck mal da mal rein. Ich mein, im schlimmsten Fall triggern wir einfach irgendwelche Gegner. Das wäre auch nicht so tragisch. Wie zum Beispiel den hier. Okay, Shuriken. Sehr gut. Ah, versagt. Yes! Versenkt. Und rasten. Zack. Ah, hier. Zwei Geier und das ist ausgeglichen? Na, ich weiß nicht. Die Geier sind natürlich Raben, aber... Ach, das ist ein anderer. Das ist ein roter Rabe. Der macht ein bisschen mehr, aber... Okay. Ähm... Aber besonders stark scheint er jetzt auch nicht zu sein. 120. Wollen wir erstmal... Wo ist das Feuer? Einmal Nala... Nochmal direkt... Was nicht? Was nicht? Äh... Golob meine ich natürlich. Klingt doch alles gleich. Wirklich? Aua! Ja, der... Der böse Rabe ist schon böse. Jetzt muss ich den Beef... Jetzt muss ich den Beef... Den Beef... Rapsch, 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 rapsch. Den Dieb auch nochmal töten. Und jetzt sind es drei. Das wird wohl vermutlich etwas fieser werden. Ha-ha! Okay. 12 Gold. Weg Aber ich vermute, dass die jetzt weglaufen werden Naja Die Diebe sind doof Da muss ich echt so viel haben, dass ich quasi One-Hit'n kann Oder zumindest Dass man ja Leute, die dann quasi immer treffen Und die einfach dann Zerstört werden Nach oben Aber ich nehme fast an, dass das One-Hit'n Wahrscheinlicher ist, dass ich dann irgendwann Einen Zauber hab, der einfach so stark ist Dass er die sofort killt Schön Sehr gut Nicht sehr gut Ach Gott Okay Toll wird's 112 Gold Wird noch 28 Braucht's nicht mehr Da habe ich jetzt verhältnismäßig gute Karten Den auch noch zu bekommen Sehr gute Karten Perfekt Vollrasten Und da werde ich auch direkt Wieder zurück zum Speichern Denn wie gesagt Die Hasse ich Diese Diebe Weil ich da halt Lade noch Selbst wenn ich Nicht verliere Sondern einfach nur, weil die Mir was geklaut haben Was ich Nicht tolerieren will So, dann gehen wir nochmal den Raben an Ich könnte auch die jetzt wieder mal Dahinter stellen Wobei das eigentlich gar nicht so schlecht war Weil die nicht wesentlich weniger Hitpoints hat Und halt Besser Ausweicht Als er Ja, ein bisschen Weniger Rüstung Dafür splittet sich das halt auf Der Kampf Der Der Schaden So Zehn Was ich hier jetzt auf jeden Fall Anders machen muss Als eben Ist, dass ich hier Der Der ist direkt nochmal dran Das heißt, wenn der den nochmal trifft Ist er auch sofort tot So Der muss die Blutung weg machen Und Heilung holen Gut Den zu töten Ist überhaupt kein Problem Aber von dem auch noch Das Von Golot zu bekommen Das ist Das Problem Wursch Die kommt erst da unten dran Die sterben schon extrem schnell weg jetzt Das ist jetzt nicht das Problem Zack Oh, sehr gut Überlebt Und Golot Zack Sehr schön Ähm Die swappt jetzt einfach Damit die in einer halben Runde dran ist Statt in der ganzen Kann man hier genauso machen Und hier Das hat nicht funktioniert Das war kaputt Der kann sowieso nicht angreifen So Geht doch 80 Mh, den wir dann halten An der ersten Ah Alnaet Das schreibe ich mir auch mal gerade auf Auf meiner Karte Alnaet Alnaet Mana Punkte umzählen Mh Das ist schon sehr ordentlich Das heißt Da kann ich jetzt quasi immer Zwischendurch Reinlaufen Und mit dem Buff holen Bevor ich die nächste Gruppe angehe Oder hier auch für die Arena Zum Kämpfen Wunderbar Denn das ist auf jeden Fall In der Reichweite Gespeichert Na ja Gucken wir einfach mal noch Was in der Landschaft ist Bevor ich diese Orks da angreife Hier waren ja doch Bisher sehr viele kleine Gruppen Die überhaupt kein Problem waren Auch über alles Gold abzugreifen Und da sind die vier Raptoren Wieder Die kriegen wir auch easy Außer dass hier natürlich Das Problem ist Die Die hier ordentlich Abzugreifen Gold So Da machen wir Ein Regeneration Auf den Herren Mit der Kutte Ich mach hier mal ganz Energiesparens Die kleinen Angriffe Okay Auf den Autsch Okay Die beiden Rechten gehen Einmal Blutung Stellen Machen wir hier drauf Aua Das war aber jetzt ein bisschen zu viel Des guten Das war ein Haltrang neben Das war nicht so schön Schutz Gulod nachholen Das ist aber auch gut Die beiden sterben jetzt Ne da muss ich Muss ich doch etwas Aggressiver zumindest Einen weghauen Damit der Schaden Nicht so stark So schnell hochstackt Ich könnte natürlich auch Zuerst die Äh Das wäre die Alternative Und mal die wieder da hin Dann mach ich die Heilerin zuerst Dass ich mir die hole Und dann würde ich die Einfach hinhalten Was Felsenmalerei Das Bildnis auf dem Felsen zeigt eine folgende Szene Ein Pferd galoppiert vorbei Dabei zertritt es eine Ratte zwischen seinen Hufen Aha Oh da ist ein starker Ball Das wird wieder hart werden So Einmal Schutz Dann machen wir auch einen Schurken drauf Einmal Eilung Kurz Und da kommen jetzt die anderen dazu Dem so eine Runde verzögere ich jetzt einfach mal Und der weicht aus Noch lebt er Cool Okay Einmal Blutung stillen 30 Da drauf Heilen Okay der in der Mitte Der versucht das abzuwehren Was auch gut funktioniert Du musst weg Sehr gut Sehr gut Sehr gut Wie viel hat die noch 18 und 8 Also insgesamt 30 Geht Der stirbt von alleine Der kann da auch nicht genug anrichten Der linke muss auf jeden Fall weg Aber wie stelle ich das an Ohne dass da jemand verendet Die muss sich jetzt selber heilen Und es ist so tot Leichte Heilung Ach ne das war Göttliches Gebet Zack Aura der Heilung Ja Ja gut Gut Der stirbt jetzt Bevor die nochmal drankommt Dann passt das Ja War auf jeden Fall böse knapp Guck mal direkt wieder rasten So Und steigern Ähm Da gucke ich mal gerade auch in die Liste Ob der irgendwas dazu bekommen hatte Mit 10 Paladin Ja Der hat jetzt auch Wunden heilen bekommen Aber das nutzt nichts Das würde ich auf jeden Fall da nicht erhöhen Ähm Der darf weiter Energie verbessern Und auch Geschwindigkeit Ähm Können wir nochmal steigern Ja Und das auch Verwundener Stoß Ein zusätzliche Wunde Ne super Lernen muss natürlich Und dann machen wir noch einen Ähm Ja Ich denke da wird es mal ganz gut dabei Bei? Ich hab gesagt 15 Ausdauer Machen wir 15 Ausdauer Ist voll So Ich guck nochmal Lernen hab ich gelernt Jawohl So Die ist auf 9 Steigt mit dem nächsten Kampf wahrscheinlich Jetzt geh ich erstmal Speichern Ihr könnt natürlich auch jederzeit Unterbrechung Ähm Tarnung Da war eine böse Biene bei. Die vier Bienen sind schon hart. Vor ich jetzt raste, können wir nochmal einen Kampf machen hier. Skelett. Jetzt ist Gold. Da. 85. Zing. Zing. Bulotz. Machen wir da noch Geld draus. Ah, Gimp. Und das eine Ding, was noch geht. Okay, der wird jetzt die wahrscheinlich auch noch abschnetzeln. Ja, also mit Golot, das war vielleicht nur mal zu viel. Aber das geht halt auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Dann halt, dann machen wir das halt ohne Golot. Zup. Jawohl, ich möchte in der Arena kämpfen. Hier ist das Gold. Aua. Bei Wett. Na, das sieht jetzt noch nicht so cool aus wie eben. Na, la, etz. Machen wir den nochmal neu. Was ist nett. Bäm. Also Souverän. Geht so. Äh, Wespe Rasten, bis alle Charakter gehalten sind So Hab ich da jetzt gespeichert? Es ist schade, dass die da keine Uhrzeit dazu schreiben Dann hole ich mir diesen Buff noch ab Oh, Nahrung ist alle Hoppla Achso, mehr als einen Tag Aber jetzt ist ja weniger als ein Tag Jetzt kann ich wieder anwenden Okay Ähm Aber Ist ja beliebig Schutz Machen wir auch wieder Minimalschaden Coolords Er hat sich den Lickenhaus gesucht Regeneration Flamme Pling Nehmen wir den jetzt Gibt immer noch Quatsch Mal ne Heilung drauf So So Einfach Rasten, bis alle Charaktere gehalten sind Ich komm natürlich da nicht wirklich vom Fleck Wenn ich dann jedes Mal zurücklaufe und mir den Segen abhole Nach allem so ein Kampf Das Bildnis auf dem Felsen zeigt die folgende Szene Ein Pferd galoppiert auf das Ende einer Klippe zu Und kann nicht rechtzeitig bremsen Am Ende liegt das Pferd zerschmettert am Boden der Klippe Hätten sie ja ruhig machen können Dass man da durchlaufen kann Zwei Hühner Die sind aber auch mittlerweile harmlos Naja, aber da stehen meine Leute dann doch ungünstig Oder? Naja, ich würde einfach Versuchen zuerst den Linken wegzumachen Flimflammen Schutz Gut Nochmal drauf 16 Feuer Einmal heilen Einmal Gullert Der kommt ein bisschen spät Den Linken Na super 15 Naja gut Der wird schon noch Lang genug leben Damit er hier Genau Aua Und gestorben Das habe ich Bisschen Verpeilt Nicht so schön Dann muss ich nochmal hier rumlatschen Na rum Na rum Ein Huhn Ein Huhn Ein Huhn Du latsch Du latsch Und weg mit dir. Einen Stufenaufstieg. Den habe ich wohl eben auch ganz übersehen, oder? Weiß nicht, vielleicht hatte ich auch irgendwelche Gruppen besiegt, die da nicht... Äh... Nicht so viel XP gebracht haben. Ähm... Ich kann weiter das steigern, weil Mana hat sie bisher fast keine Probleme gehabt. Ähm... Was natürlich auch daran liegen kann, dass ich die hier ganz ordentliche Meditation hochgepusht habe. Oh, Immunität mal wieder raus. Ähm... Die leichte Heilung kann auch erhöht werden. Die räuchte tatsächlich mehr Punkte. Göttliches Gebet. Naja, damit ist die leichte Heilung auf jeden Fall schon mal voll. Auch wenn die jetzt schon fast ziemlich unnütz wird. Wann bekommt die denn die nächste Heilung? Guck mal. Greater Heal mit... 14. Naja, das ist noch ein Weilchen. Aber... Macht vielleicht trotzdem Sinn... Die weiter voneinander abzugrenzen. Wobei das auch nur 8 Mana sind dafür. Das ist schon wieder effizienter. Dafür halt das hier quasi den ganzen... Den ganzen Kampf lang. Das bringt ihr halt super viel. Machen wir mal so. Lassen wir die leichte Heilung da raus. Lernen ist drin. Den einen Punkt spare ich aber auf. Ja, da war eine Wunde. Deshalb hatte das 8 Stunden gedauert. 4 Wespen. Das kriegen wir noch hin. Gut. Gut. Schalt sich ein bisschen auf. Sehr gut. Dann nehmen wir hier den Störfaktor mal raus. Das passt. Dann machen wir hier Schutz. Heilung. Sehr gut. Einmal Bullard. Oh, passt. Das Problem ist, dass die beide jetzt Gorlen angreifen könnten. Den schiebe ich hier zurück. Gut. Weg. Einmal rein. Da kann jetzt hier ein göttliches Gebets Können wir beide jetzt in dem Fall abfackeln Schön 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 24 Wir sind alle auf 10 angekommen, sehe ich gerade Kosten Was ich dann mal gerade ausprobieren werde Speichern Ist wie viel Gold das jetzt bringt 9 hatte ich vergessen At your service Your wish was granted 850 850 4250 Wenn man das Darüber so macht Wenn man natürlich auf 100 wartet Dann bin ich bis dahin wahrscheinlich noch 12 Was kannst du für dich Laden So 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 Waschen. Okay. Da gilt es jetzt doch ein bisschen aufzupassen. Sehr schön. Der hat es abgewehrt, den linken umgewandelt. Aua. 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 Warten wir jetzt hier drauf. Einmal heilen. Batsch. Abwackeln. Die ist gleich schon wieder weg. Einmal heilen. Gut. Noch sieben aus, im nächsten Angriff stirbt er. Noch mal eine Regeneration hier drauf. Weg. Jo. Hat ganz gut funktioniert. Rusty. Kritischer Treffer. Lange macht er es aber auch nicht mehr. Zaubermesslung. Na, wegen dieser dämlichen Verwundung. Und abgeraucht. Schön. Smaragd-Halskette. Smaragd-Halskette. Mhm. Auch wieder nur Fragezeichen. Rasten. Wieder zurück. Die kämpfe ich jetzt nicht, wenn ich da keinen Speicher-Slot, äh, nicht gespeichert habe. Ähm, ich werde das Ding jetzt mal, ähm, äh, dingsen lassen. Äh, identifizieren. Und wenn das wieder kein so ein Dings-Attribut hat, dann, äh, sollte ich mir langsam mal überlegen, ob da nicht irgendwas nicht stimmt oder ich was anders machen muss. Und dann, äh, 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 äh. Soh, 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 soh. Soh. Und die letzten. Ist sowas neues? Nö. 2.100. Speichern. Nehmt eine neue Wege? Weidenarmbrust des Blitzes. Mhm. Aber noch weniger Trefferchance. Eisenfliegel. Können wir sowieso alles nicht nehmen. Des Propheten. Der wird gekauft. Das Helden ist auch nicht schlecht. Aber, hm, ne, mach ich nicht. Ist mir dafür zu teuer. Da haben wir noch mal eins des Propheten. Wird gekauft. Die müsste ich mal wieder nachkaufen, ja. Wird schnell zurück. Das ist sowieso. Das ist sowieso. Das ist sowieso. Das ist sowieso. Ein Ring des Propheten. V-Unterhalten, V-Unterhalten. Das Philosophen, das Philosophen. Magie, Schutz. Abwehr plus zwei. Äh, machen wir mal die Abwehr plus zwei weg. Und das Philosophen, ist der der Richtige dafür? Ja, schon. Lufthaus und einfach nur Smaragd-Halskette. Und die werde ich jetzt noch identifizieren lassen. Willkommen in meine Store. Ne, die kann man gar nicht identifizieren lassen. Die ist einfach nur Rotz. Da ist einfach nichts. Die kann man nur verkaufen. Goodbye. Okay. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Noch drei Kilo. Ich habe aber auch keine schweren Rüstungsteile, die ich da jetzt wegpacken könnte. Dann werde ich hier mal runter, beziehungsweise nochmal anders. Ich werde mal nach rechts hoch die Nahrung einsammeln. Und bis dahin so viel verbrauchen. Dass sich das wieder lohnt. Hier links hatten wir eigentlich auch noch Nahrung. Wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich die wiederfinde. Finde ich nicht wieder. Okay, Hunde. Dann hole ich mir doch glatte Resistenzen ab. Mal gucken, ob das weiterhin nur, Anführungszeichen, vier Hunde bleiben oder mehr werden. Mal gucken, ob das weiterhin gut ist. Dann kommt da auch nix. Tag 65. Warnung! Okay. Zack. Wie lang hält der noch? Drei Stunden, 50 Minuten. Ähm... Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, dass ich hier auch sowieso einen Schnitt machen sollte. Dann speichern wir das mal gerade ab. Und dann geht es zunächst mal mit den Hunden wieder weiter. Also, bis denn.